Naja, zumindest auf den ersten Blick, tatsächlich sind die drei älteren Herren drei junge Damen. Hallo Inge, Susanne und Femke. Hi. Hallo. Warum macht ihr das? Ja, wir haben uns vorgestellt, wie eine Art Mensch wir sein möchten, wenn wir alt werden. Und dann sind wir das bekommen. Eigentlich. Das heißt, die drei alten Menschen haben Lust auf Spaß und Party haben? Ja, die drei alten Männer haben beschlossen, dass sie noch zu jung sind, um abzutreten. Ja, abzutreten. Also sie feiern das Leben. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Danke. Danke. Die drei Toms sind auch morgen noch auf dem Marktplatz anzutreffen. Erstmal zurück zu dir, Kirsten. Die drei Toms sind auch strömmlich.